Hallo Leute und herzlich willkommen zu NFL 17 auf der Garm Sting. So, heute bin ich wieder alleine. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am Striegeln. Ich muss dann noch mal gleich gucken, ob man auch schon spritzen muss. Das ist auch schon ziemlich weit. Mal schauen. Mal Eierspritzen müssen wir auf jeden Fall noch, dass wir noch die zweite Düngerstufe kriegen. Weil ich hab so ein bisschen verpennt, ähm, zu spritzen. Ich hätte mir schon viel früher mit anfangen. Aber, naja. Ich hab müssen einmal Düngen und spritzen danach. Das hab ich ja vergessen. Hier auch nochmal. Ah ja, hier auch nochmal. Das ist auch noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht alle wird aus sein muss noch mal die 16 32 50 50 ich bin ganz drüber doch eigentlich schon ja doch das ist hier wer sind das hier alle Leute was ist denn los bei euch naja die Wiese hier auch die ist so schön steil hier äh geil konnte ich ja nicht höre oder Fendt super hm glaub ich kann von einem anderen Fendt muss weg okay 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 Okay. Das Spiel ist bei mir so dunkel eingestellt, da ich den Zaun sehe. In der Aufnahme sieht man richtig gut, ziehe ich an der OBS nie bei mir, aber im LS ist viel dunkel, ich will es einfach mal gucken. Also auf dem Monitor hier. Und da ist er voller Helligkeit. Die Seitenkassel geht auch langsam kaputt, die hebt auch nicht mehr aus hier richtig. Dreck. Kann man eigentlich mal richtig geiles Foto machen. Oder? Ja. Schon. Ja. 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 Du musst immer erstmal so ein bisschen nach außen gucken, da ich ja weiß wo ich rumfahre. Ich sehe es so ein kleines bisschen, aber ein bisschen anstrengender immer zu gucken. Ey, jetzt geht der Kacke mit runter, ey. Was ist denn das? Was ist denn das? So, hier ist es aber warm, ey. Bisschen aufmachen hier. Oh, hier, hier, hier. Die Läge geht auch nicht weit. Ähm, 32, ich komme schon da rüber. Gucken wir mal, wo es in der Ausfahrt. Hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen da oben rum. Ähm. Ah, ne. Reicht sogar noch. Ich hab hier. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein steiles Feld. Und. 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 Das ist mal, da fällt eine Fahrt. Auf jeden Fall mal ein Silo. Ah, hier. Ich glaube, irgendwo... Ah, hier. Ah, hier. Das hat sich ja auch letztens einer in den Kommentaren beschwert jetzt nicht, aber hat er da zugeschrieben, wegen manche bei ihr, dass es ein bisschen nervig ist. Ich bin da am besten mal oben in so eine Abstimmung rein, könnt ihr mal abstimmen, ob ihr das wollt, weil ich das drin habe oder nicht. Wenn jetzt alle sagen werden, nein, werde ich es trotzdem weiter benutzen, das ist einfach mal nur eure Meinung, weil ich kann ohne eigentlich fast gar nicht mehr fahren. Und wenn ihr das... Ich kann es halt nicht mehr ausgreifen und naja, das ist eigentlich nicht so toll. Ich finde es hier schon cool. Und jetzt einfach hier irgendwie die 200 Euro einfach hier in die Ecke schmeißen. Ich finde das alles so sinnvoll. Und mir macht es auch Spaß, da mitzufahren. Ein bisschen Spaß muss ja bei der Aufnahme auch haben. So, aber Leute, ich würde sagen, das war's für eine Folge. Wenn ich hier früh gefallen habe, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo hinterlassen. Und ja, bis zum nächsten Folge. Ciao.